Hallo, es ist wieder Freitag, Zeit für ein neues Tutorial und heute geht es um kleine Doodles und zwar maritime Motive. Wir hatten ja jetzt maritime Motive gehabt und damit möchte ich auch diesen Themenbereich abschließen. Und deswegen habe ich mir sechs Doodles überlegt und zwar diese hier, die Skizze. Die gab es im Newsletter letzten Monat. Wenn du schon angemeldet bist, hast du sie dir bereits gesichert. Dann kannst du sie jetzt gleich auch ausdrücken, übertragen und mitmachen. Und falls du noch nicht angemeldet bist, bitte unten in der Beschreibung melde dich da ruhig an. Das ist kostenlos. Du bekommst jeden Monat einen Brief und da sind dann alle Skizzen für alle Tutorials mit dabei. Dann bist du Sorgen. Das ist das Sorgenlos-Paket. Okay, also aber ich möchte trotzdem noch etwas sagen zu Skizzen anfertigen. Und zwar möchte ich dir da einen Tipp geben, wie du dir bestimmte Objekte quasi als Referenzfotos dann fertig machst. Ich erkläre dir das mal, wie ich das hier gemacht habe mit der Muschel, die ich auch benutzt habe. Und zwar habe ich mir die auf den Tisch gelegt. Und das erste Gute ist, wenn du eigene Fotos hast, du musst keinen Urheber angeben, denn du bist selber der Urheber und du kannst damit machen, was du willst. Du kannst es also auch eins zu eins abmalen und es ist dein Bild. Das wird natürlich schwierig bei Pinterest und so weiter, wenn du da irgendetwas dir ausguckst. Klar, Referenzfotos für den privaten Gebrauch immer, aber sobald du das irgendwo postest auf sozialen Medien oder so, ist das schon ein Bildklau. Also im Hinterkopf behalten. Und das zweite, was gut ist, was ich noch erwähnen wollte, wenn du dir selber Fotos machst, ist halt eben, du hast ein Objekt. Gerade auch bei Blumen ist das total super. Und du kannst diese eine Blume aus so vielen verschiedenen Perspektiven fotografieren, dass du nachher eine große Sammlung hast von verschiedenen Winkeln, mit auch verschiedenen Schatten, mit verschiedenen, ja, also mit denen aus der Position, die du gerne haben möchtest. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Blume hast, und das ist vielleicht noch besser erklärt, ja, eine Blume, du kannst sie halt eben von vorne fotografieren und von der Seite und von hinten vielleicht auch, um zu gucken, wie es so ist. Und dann kannst du nah dran gehen, um Details einzufangen und weit weg und so. Und das ist immer so eine ganz einfache Lösung, weil ein Handy haben wir eigentlich alle und Fotos machen können wir damit auch alle. Und wenn du eins meiner Kinder bist, hast du leider kein Handy, aber das macht nichts. Wir haben auch Kameras zu Hause, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall möglich, sich dazu behelfen. Und ansonsten, wie gesagt, melde dich für den Newsletter an und du bekommst die Skizzen zumindest zu meinen Tutorials immer frei Haus geliefert. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal viel Spaß bei diesem Video. Achso, wir malen mit Gouache, hatte ich das überhaupt erwähnt? Gouache ist ja schön deckend und da kann man die Skizze auch schön mit Grafitpapier übertragen, weil das sieht man dann am Ende nicht mehr. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dem Video und bis zum nächsten Freitag dann. Ciao! Also Grafitpapier hatte ich ja gerade schon erwähnt. Das habe ich jetzt hier drunter gelegt und diesmal habe ich meine Skizze mal auf normalem Druckerpapier ausgedruckt und übertrage das jetzt auf mein Papier, was ich bemalen möchte. Jetzt ist es so, dass ich ja Gouache benutze und mit Gouache ist das auch gar kein Thema, wenn du da ein bisschen daneben liegst, weil das mal deckend und du kannst viele, viele Schichten übereinander machen. Du kannst von dunkel nach hell auch übereinander schichten und das geht ganz gut. Ja, hier benutze ich das Gouache von Atex, glaube ich, heißt das. Das gibt es auch von, ich glaube, Himi oder so, irgendeine Firma habe ich letztens auch gesehen. Das sieht genauso aus. Ich weiß nicht, ob da eine Firma die andere geschluckt hat und am Ende das Gleiche ist. Keine Ahnung. Also das ist Jelly Gouache und das hat schon so eine gelartige Textur. Nur es ist ein bisschen anders wie das zum Beispiel Atexer Gouache, aber malt genauso toll. Was auch cool ist an dem Set ist, dass man das halt eben immer, ja man macht den Deckel ab und es ist einsatzbereit. Und was ich auch immer mache, ist im Nachhinein, bevor ich es zumache, nochmal mit Wasser einsprühen, damit das auch schön gelartig bleibt. Wenn es mal eintrocknet, ist das eigentlich auch kein Problem, dann kannst du das mit Wasser wieder aktivieren, das Gouache und dann wird es auch wieder gelartig, also Jellyartig. Also das ist schon so ein bisschen wie so Gel, so Haargel, so ein Rotz in dieser Konsistenz. Das ist bei dem Atexer Gouache ist das ja ein bisschen anders. Das ist ja wie so eine Acrylfarbe aus der Tube und da musst du halt gucken, wo du das dann hindrückst. Entweder verwirfst du es dann nachher oder du lässt es auf der Palette, wo es halt eben ist. Das ist dann quasi nicht abgedeckt, aber es ist auch reaktivierbar mit Wasser. Ja, jetzt habe ich viel über das Gouache gequatscht und ich habe mir das ja hier portionsweise auf den Teller getan, um das auch zu mixen. Ich benutze hier einen Echthaarpinsel, der ist so im Nachhinein, muss ich sagen, also ich habe ja danach auch noch mit Gouache gemalt. Habe ich doch wieder synthetische Pinsel benutzt, ich finde das geht ein bisschen besser. Also der grüne, den ich benutze, das ist ein synthetischer Pinsel, das ist aus der Nova Synthetik Serie von Da Vinci und der schwarze, der da gerade am Anfang war, das ist dieser Rotmada Kolinski, glaube ich, heißen die genau. Ja, und letzten Endes, ja, ich habe mir hier maritime Farben ausgesucht, Rot, Blau, Dunkelblau, so ein gelbliches, ja, das ist mehr so ein Pastellgelb, keine Ahnung. Das ist in dieser Palette so drin, das vermische ich mir hier auch mit ein bisschen Weiß, um das heller zu bekommen, für die Muscheln und den Seestern, weil die sind ja mehr so Sandfarben. Und bei dem Rettungsring, da hätte ich vielleicht vier Anteile machen sollen, ich finde, das sieht so ein bisschen nicht so rund aus, das Ganze. Also das darfst du gerne noch selbst nachbessern. Und ich glaube, es hat nicht nur drei solche roten Fleckchen, ich habe das so aus dem Kopf gemalt und ja, es ist jetzt wie es ist und ich werde es jetzt deswegen nicht nochmal aufnehmen. Es muss ja nicht immer alles perfekt sein. Ja, hier grundiere ich im Prinzip so die erste Schicht, was die Muscheln angeht, da kommen dann nachher natürlich noch mehr Schichten drauf, um dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur zu geben. Denn so eine Muschel ist ja nicht einfach nur Sandfarben oder so ein Seestern. Bei der Flasche ist es so, wie du siehst, habe ich alles in Blau einfach angemalt, in einem hellen Blau, so wie ich mir so dieses Flaschenblau gedacht habe. Das ist nicht komplett durchsichtig, sondern hat schon ein bisschen, ja, gefärbtes Glas. Und den Rettungsring, den male ich jetzt noch mit, tatsächlich mit weißem Gouache nochmal nach. Also, dass der nicht einfach nur die Papierfarbe hat, sondern dass auch die Grafit-Skizze darunter verschwindet, dass es tatsächlich einfach nur weiß ist. Ja, das Besondere an Gouache ist ja tatsächlich immer so die gute Mischung zu bekommen mit Wasser und Farbe. Man kann es ja sehr, sehr, na, wie nennt sich das, na, transparent kann man es machen mit sehr viel Wasser. Und wenn das direkt so aus dem, irgendwie stockt das Video schon wieder. Ich bin schon wieder beim gleichen Problem, gleich wird das mit dem Ton nicht passen. Ah, das ist manchmal echt ärgerlich. Dabei habe ich das doch schon alles einmal schon mal hochgeladen und so abgespeichert. Ja, du siehst also, es ist nicht immer alles perfekt. Es gibt manchmal ja, ich weiß es auch nicht, es hüpft hier so rum. Ich hoffe, dass nachher der Ton halbwegs in dieses Video passt. Also, wenn du jetzt einfach mitmalst, zwischendurch nur mal guckst, dann ist das ja vielleicht nicht so störend, hoffe ich. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich war jetzt bei dem Seestern und jetzt auch bei der Muschel. Und hier male ich einfach mit einem dunkleren Sandton einfach die Struktur nach von so einer Muschel. Und was den Seestern angeht, der hat ja so kleine Pocken obendrauf. Und die Seite, die so ein bisschen mehr im Schatten liegt, die dunkel ich halt mit dem dunkleren Sandton ein bisschen ab. Und das kann dann auch ein bisschen kräftiger werden, um die Konturen nochmal nachzuziehen für die Seite, die im Schatten liegt. Und dann sieht der Stern auch schon so ein bisschen dreidimensionaler aus. Ja, also das Video stockt wie Sau. Wahrscheinlich bin ich, wenn ich das nachher abspiele, tatsächlich schon bei der Flasche. Da ist es so, dass ich das Papier, was in der Flasche gerollt ist, dann im Nachhinein noch auf die Flasche sozusagen male. Das geht ohne Probleme. Dafür muss die Farbe, also dieses Coache darf dann natürlich nicht zu dünn sein. Wenn du es ganz transparent machst mit viel Farbe, dann wird das Blaue der Flasche durchschimmern. Was jetzt in dem Fall vielleicht nicht ganz so dramatisch wäre, weil das würde dem Zettel da drin so eine leichte Blaufärbung geben. Und das wäre ja so, als wäre es in der Flasche. Also experimentiere da ruhig mal rum, so auch mit Transparenzen, wie du etwas darstellen kannst. Das Medium ist wirklich sehr vielseitig, was das angeht. Ja, hier habe ich mir noch ein bisschen Weißton reingeholt. Mische das Ganze mal ein bisschen. Und die Stellen, die mir nicht hell genug sind, wo ich Highlights haben möchte, da gehe ich dann jetzt nochmal mit diesem hellen Ton drüber. Und ja, das Papier mache ich jetzt auch mit diesem hellen Sand und mache da so ein Röllchen hin, so eine Flaschenpost. Jo, jo, jo. Ein bisschen schwer abzuschätzen hier. Ja, ich sinniere jetzt gerade darüber, ob das jetzt alles so schön reicht. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Also das Video ist bereits bei neun Minuten noch was. Ich habe erst sechs Minuten Text. Dann habe ich den Anfang, waren drei Minuten. Ja, das könnte hinkommen. Ja, ist alles nicht so einfach mit dem Hinterhervertonen. Also es ist auch noch nicht komplett ausgereift, so meine Methode. Aber das Equipment oder wie sich das nennt, ist teuer. Und ehrlich gesagt, ja, ich bin ja immer noch Künstler und kein Tontechniker und auch kein Videoschnitter. Und das ist doch schon, also diese Videos aufnehmen und dir zeigen und das malen. Und das macht alles super viel Spaß. Der Rest, das ist halt, das gehört dazu. Es ist jetzt nicht so, dass ich es ganz schrecklich finde. Sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Das wäre mir dann wurscht und ich würde es einfach gar nicht vertonen. Aber ich möchte ja schon ein bisschen was dazu sagen und dir vielleicht auch erklären, was ich da so tue. Ja. Und deswegen. Das gehört halt, alles hat zwei Seiten. Selbst ein Hobby kann zwei Seiten haben. Auch eins, was einen total Spaß macht und alles. Ja. Ja, hier mache ich noch ein paar Highlights hell drauf und nehme hier so einen kleineren Pinsel, um so richtig Details auszuarbeiten. Wenn ich meinen Arm, also ich tendiere ja dazu immer rechts rumzumalen und dann auf links umzugehen, obwohl ich Rechtshänder bin. Also das ist, achte vielleicht bei dir darauf, weil ich es nicht tue, dass du vielleicht so weit wie möglich erstmal links alles so weit fertig machst und dann rechts weiter arbeitest und dann wieder nach links gehst, wenn dann alles trocken ist. Ja, wie gesagt, ich arbeite sehr häufig, ist mir aufgefallen, irgendwie von rechts nach links. Ich weiß nicht warum. Ja, für die Flasche, da habe ich jetzt hier noch ein paar Highlights gesetzt, einfach weiße Farbe nochmal drüber, so an die linke und rechte Außenkante, dass das wie so eine Reflektion ist vom Licht. Auf dem Glas, dann sieht das Ganze schon ein bisschen natürlicher aus. Yes, und hier habe ich noch eine Kontur für den Rettungsring gemacht, also mit dem Schatten sozusagen, damit das so ein bisschen besser vom Blatt sich abhebt. Und einen Schatten mit so einem hellen Grau, sehr, sehr helles Grau, ziehe ich jetzt gleich um jedes Objekt nochmal und dann hat das auch alles so ein bisschen mehr Tiefe. Ja, du kannst natürlich auch die Farben, wenn du ein bisschen mehr Wasser nimmst und die untere Schicht, die schon auf dem Papier ist, die kannst du natürlich auch immer wieder reaktivieren. Manchmal ist das auch ungewollt, aber du kannst damit auch super coole Farbmischungen auf dem Papier machen. Wenn du das nicht möchtest, dann musst du ein bisschen sparsamer mit Wasser sein und dann deckend werden. Also zu viel Wasser macht dann auch die Schicht, die schon auf dem Papier ist, wieder modellierbar. So, ich habe gerade echt überlegt, was für ein Wort jetzt passen würde. Ja, jetzt gehe ich hier noch die kleinen Mini-Details lang. Ich binde quasi das Papier in der Flasche zusammen, mische mir dann noch einen Grauton so ein bisschen an und packe das hier unter jedes Dudel rechtzeitig, weil bei mir kommt ja das Licht meistens irgendwie von links. Und bei der Muschel musst du darauf achten, weil die links und rechts, diese Öhrchen, die da so abstehen, diese Ärmchen, die sind halt mehr in der Luft. Da muss es ein bisschen eine Lücke geben zum Schatten. Ja, ich werde jetzt einmal den Ton jetzt beenden und entlasse dich damit bis zum nächsten Freitag, weil ich habe sonst Angst, dass das nicht mehr in die Aufnahme passt, weil das ja so am Stocken war. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und du hattest Spaß mit mir diese maritimen Dudels zu machen und ich sage dann schon mal bis bald und demnächst. Ciao! Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen.